Ich habe mal wieder ein ganz kurzes Watch Me Craft Video und zwar habe ich eine Gorgeous-Karte für die Stephanie gemacht, Crazy Unicorn, die das letzte Giveaway gewonnen hat. Und ich embosse hier den Stempelabdruck, um zu vermeiden, dass die Farben auslaufen, weil ich nicht das korrekte Papier benutze. Ich habe nämlich mein Copics-Papier nicht gefunden. Keine Ahnung, wo ich das gelassen habe. Leider hat es mir nichts genutzt. Ich wollte damit eigentlich den Schritt umgehen, dass ich das Figürchen dann ausschneiden muss. Ich muss es leider trotzdem ausschneiden. Das nur mal so vorab. Und ich verwende für diese Karte auch Papierreste. Also das ist zugleich dann auch irgendwie ein Papierreste-Inspirationsvideo. Ich werde es aber trotzdem als Watch Me Craft laufen lassen, weil es nicht speziell auf die Papierreste gemünzt war, sondern eher für die Karte, die zu meinem Giveaway dazu gehörte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 über ein Abo, wenn du mich und meinen Kanal noch nicht kennst. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!